einer von 20 menschen in deutschland leidet an einer herzschwäche das sind rund vier millionen menschen wahrscheinlich kennst du auch jemanden der betroffen ist und vielleicht hast du ja auch ein erhöhtes risiko für herzschwäche was diese erkrankung genau ist wie sie verursacht wird ihre typischen symptome und grundsätzlichen behandlungsmöglichkeiten erfährst du in diesem video und ganz wichtig du bekommst noch ein paar tipps die dir helfen werden dein persönliches risiko für herzschwäche zu senken was ist denn eine herzinsuffizienz und wodurch wird sie verursacht von herzschwäche redet man immer dann wenn das herz es nicht mehr schafft genügend blut in den kreislauf zu pumpen herzschwäche wir fachleute sagen dazu herzinsuffizienz kann das gesamte herz betreffen oder auch nur die kann man auf einer seite des herzens dann spricht man entweder von linksherz oder rechtsherz insuffizienz sind beide hälften betroffen spricht man von einer globalen herz insuffizienz herz insuffizienz ist aber eigentlich gar keine eigenständige krankheit sie ist in der regel die folge von vorerkrankungen bei zwei von drei betroffenen ist zum beispiel eine koronare herzkrankheit die ursache der herzschwäche verengte herzkranzgefäße verhindern dabei die ausreichende durchblutung des herzmuskels das hat im laufe der zeit eine chronische also dauerhafte schwächung des herzmuskels zur folge eine andere häufige ursache sind ein oder mehrere herzinfarkte wenn dadurch ein teil des herzmuskels abstirbt wird es durch funktionsloses narbengewebe ersetzt lang anhaltender hoher blutdruck kann dann den herzmuskel dick und unelastisch machen auch das mennt die pumpleistung die pumpleistung des herzens hängt entscheidend vom einwandfreien funktionieren der vier herzklappen ab herzklappen erkrankung sind deshalb ein ebenfalls häufiger grund für herzschwäche durch eine herzmuskelentzündung die myokarditis verursachte herzschwäche ist typisch bei jungen menschen denn eine herzmuskelentzündung kann folge einer virusinfektion sein beispielsweise grippe oder corona wenn so eine entzündung gar nicht oder zu spät behandelt wird kann sie chronisch werden und den herzmuskel dauerhaft beeinträchtigen weitere ursachen für herzschwäche können angeborene herzfehler herzmuskelerkrankungen oder herzrhythmusstörungen sein aber auch diabetes also die zuckerkrankheit eine chemotherapie bei krebs drogenmissbrauch und langjähriger alkoholkonsum sind risikofaktoren für herzschwäche aber wie häufig ist die herzschwäche rund vier millionen menschen in deutschland haben eine herzschwäche herzschwäche ist eine typische alterserkrankung in der regel tritt sie erst nach dem 65 lebensjahr auf mit zunehmenden alter wird sie immer häufiger bereits zwei von zehn frauen und männern über 75 haben eine herzschwäche eine chronische also dauerhafte herzschwäche entwickelt sich in der regel langsam über viele monate oder jahre ihre ersten symptome sind auch meist unspezifisch sie frühzeitig zu erkennen ist gar nicht so einfach aber irgendwann ist sie auch nicht mehr zu übersehen je besser du deine körperliche leistungsfähigkeit kennst desto eher kannst du eine herzschwäche bemerken typische erste symptome von herzschwäche sind eine nachlassende leistungsfähigkeit und atnot oft nehmen die betroffenen dann auch merklich zu dass deine leistungsfähigkeit nachlässt merkst du im alltag vielleicht am besten beim treppensteigen nur dabei also schon pause machen muss wäre das nicht gut und auf jeden fall ein grund für einen praxisbesuch bei deiner hausärztin oder deinem hausarzt bei verdacht auf herzschwäche werden sie dich an eine kardiologin oder an einen kardiologen überweisen mit hilfe eines ruhe ekg oder einer herzultraschalluntersuchung wenn sie dann deine symptome auf den grund gehen wenn nötig wird das ekg auch bei körperlicher belastung gemacht und noch weitere diagnose mit tonen dazu genommen auf keinen fall solltest du deine nachlassende leistungsfähigkeit und vorübergehende erschöpfung leichtfertig als eine normale folge des älterwerdens abtun das ist es nicht und je eher eine herzschwäche behandelt wird desto besser lässt sich ihr fortschreiten bremsen denn im endstadium haben viele betroffene sogar beim sitzen in ruhe atem not so weit solltest du es nicht kommen lassen was ist bei der therapie so wichtig nachdem die herzschwäche erkannt wurde kommt es darauf an die genaue ursache und art der jeweiligen funktionsstörungen zu finden die exakte diagnose durch eine kardiologin oder einen kardiologen ist deshalb unerlässlich um die richtige therapie einleiten zu können die therapie setzt sich aus verschiedenen elementen zusammen die je nach diagnose und schwere der herzerkrankung zum einsatz kommen ein ziel der therapie ist auf jeden fall die behandlung der grunderkrankung die ich dir vorhin als mögliche ursache für herzschwäche genannt habe um das herz grundsätzlich zu entlasten und beschweren so gut es geht zu lindern wenn unterschiedliche medikamente eingesetzt vor allem in den vergangenen jahren haben sich aufgrund der erkenntnisse die behandlungsempfehlung dazu deutlich verändert deshalb ist es notwendig die verschiedenen formen von herzschwäche anhand der pumpleistung des herzens einzuteilen wenn der herzmuskel insgesamt geschwächt ist kann er beim zusammenziehen nicht mehr genügend blut in den körper pressen das nennt man dann herzschwäche mit verminderter pumpfunktion es kann aber auch sein dass der herzmuskel unelastisch wird und sich die herzkammer beim ausdehnen nicht mehr gut füllen das heißt dann herzschwäche mit erhaltener pumpfunktion bei einer herzschwäche mit verminderter pumpfunktion wird nun seit 2021 eine medikamentöse therapie empfohlen bei der medikamente aus unterschiedlichen wirkstoffklassen kombiniert werden das sind die sogenannten ace hemmer beziehungsweise arni beta blocker gehen hohen blutdruck mra und sgl t2 inhibitoren um durch die herzschwäche verursachte wasser einlagung in den lungen und den beinen zu behandeln werden oft auch sogenannte diuretika eingesetzt manchmal können auch chirurgische eingriffe bei einer herzschwäche sinnvoll sein die durchblutung des herzmuskels kann beispielsweise durch eine bypass operation oder das einsetzen von stents in die verengten gefäßstellen verbessert werden stents sind künstliche gefäßstützen die von innen gegen die gefäßwand drücken und so die betreffenden blutgefäße offen halten können ein weiterer essentieller baustein einer umfassenden herzschwäche therapie ist körperliches training dazu gibt es spezielle herzsportprogramme sie helfen die körperliche belastbarkeit zu erhöhen und so insgesamt die lebensqualität der betroffenen zu verbessern aber wie kannst du eine herzschwäche verhindern training ist auch ein gutes stichwort für das letzte thema dieses videos herzschwäche ist zwar eine typische alterserkrankung die weichen für deine spätere herzgesundheit stellst du bereits in jungen jahren wenn du schon früh gesund lebst kannst du dein persönliches risiko für herzschwäche im alter merklich senken denn du kannst viele der grunderkrankungen die genannt wurden durch deinen lebensziel beeinflussen deshalb hier noch mal die häufigsten risikofaktoren für herzschwäche rauchen hoher alkohol konsum starkes übergewicht bestimmte krebsmedikamente und die zuckerkrankheit diabetes mellitus die gängigen ratschläge für einen gesunden lebensstil hast du wahrscheinlich schon oft gehört weil sie so wichtig sind wiederhole ich sie gerne noch mal verzichte auf nikotin und zwar komplett also auch keine e-zigaretten rauchen ist ein bedeutender risikofaktor für viele herzkreislauf erkrankungen auf das erhöhte krebsrisiko möchte ich an dieser stelle gar nicht weiter eingehen versuch dich so viel wie möglich zu bewegen mach irgendwas das dir spaß macht unser körper ist von natur aus für bewegung gebaut laufen schwimmen radfahren alleine oder im team irgendwelchen bällen nachjagen das alles ist gut für deinen kreislauf und stärkt dein herz weniger ist manchmal mehr das gilt vor allem wenn du stark übergewichtig bist abnehmen gelingt am besten mit einem aktiven lebensstil und einer gesunden ernährung entscheidend ist letztlich mehr kalorien zu verbrennen als man mit der nahrung wieder zu sich nimmt gut für deine herzgesundheit ist die sogenannte mediterrane kosten mit einem hohen anteil an pflanzlichen lebensmitteln das wirkt sich positiv auf deinen fettstoffwechsel aus und reduziert das risiko für herzkreislauf erkrankung versuche auch gesunde methoden zu entwickeln um mit stress besser umzugehen denn wir können nicht immer etwas gegen die stress auslösende quelle tun jedoch können wir selbst entscheiden wie wir auf einen stressreiz reagieren moderate bewegung gerne auch in der frischen luft ist sicherlich eine gesündere variante des stress abbaus als zigaretten und alkohol entspannen und ausruhen sind auch gut für deine herzgesundheit wir sind alle keine maschinen und sollten deshalb regelmäßig unsere körperlichen und geistigen akkus aufladen am ende noch ganz wichtig abonniere den kanal und aktiviere die glocke um kein content rund um deine gesundheit zu verpassen